Seige grüßt, und die Leute, das Eimer brot. Seige grüßt, und die Leute, das Eimer brot. Seige grüßt, und die Pfannen, und alle brichtest du wieder auf. Seige grüßt, und die Leute, das Eimer brot. Seige grüßt, und die Leute, das Eimer brot. Wir wünschen euch einen gesegneten Tag aus der Wallfahrtskirche in Maria Rhein. Wir stehen heute vor den Figuren der heiligen Familie. Das ist ein ganz besonderer Ort in dieser Kirche. Jedes Jahr am 1. April, da scheint die Sonne durch das Ostfenster herein. Und bestrahlt nur die Christusfigur. Das ist genau dieser einzige Tag, in der Frühe des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Christus im Licht. Wir gehen jetzt diesem Licht entgegen, in diesen Tagen des Advents. Wir bereiten uns vor, wenn Gott Mensch wird, als kleines Kind in der Krippe von Bethlehem. Und so dürfen wir Gott einklagen, in unsere Mitte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge. Du, Herr, kennst es bereits. Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen. Zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war schon alles verzeichnet. Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt. Und leite mich auf den altbewährten Weg. Ja, wir sind eingeschrieben in das Buch des Lebens. Hineingeschrieben in die bergende Hand Gottes. Wir dürfen uns geborgen und getragen wissen. Von ihm gerufen bei unserem Namen. In diesen adventlichen Tagen, da dürfen wir den Weg von außen nach innen geben. Da dürfen wir uns Momente des Aufatmens und des Durchatmens schenken. Und so dürfen wir einen Gedanken mit euch teilen, der gerade mich besonders bewegt in dieser adventlichen Zeit. Die Zukunft wird ein großes Licht bringen. Advent heißt, es kommt uns der entgegen, der uns gezeigt hat, Gott sei nicht in irgendeiner Ferne, sondern nah bei uns, wie ein Mensch, der uns besucht. So nah wie ein Bruder, der mit uns lebt und leidet. So nah wie ein Mensch, der uns liebt. Der, der kommt, geht unseren Weg mit uns. Und sei der Weg noch so schwierig. Und sei es über diesem Weg noch so dunkel. Und sei er noch so weiss. Er zeigt uns ein Ziel. Ein großes Ziel. Und ein schönes bis zum Punkt, an dem uns aufgeht. Nun ist alles gut. Es hat alles seinen Sinn gehabt. Und wenn um uns her alles beweist. Es wird nur schlimmer. Die Katastrophen, die auf uns zukommen, sind unausweichlich. Dann sagen wir, nein. Die Katastrophen sind nicht das Letzte. Wir haben eine Zukunft vor uns. Und die hängt zum Glück nicht von der Macherei von Menschen und ihrer Torheit ab. Die Zukunft wird ein großes Licht bringen. Und unser Weg im Licht enden. Die Zukunft ist eine Tür, die für uns alle offen steht. So dürfen wir diesen heutigen Tag und uns auf einen persönlichen Weg durch den Advent Gott in seine Hände legen und auf die Fürsprache der heiligen Familie miteinander und füreinander beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im Kleinsten deiner Geschöpfe, der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt, gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die Schönheit hüten. Mit diesen Worten vom Papst Franziskus dürfen wir den Segen Gottes für diesen bevorstehenden Tag erbitten. So segne, behüte, begleite und bestärke dich und alle Menschen, mit denen du in Beziehung lebst und die dir nahe stehen. Er, der Gott des Lichtes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!